Wunderschönen guten Abend bei Fleischhammer in Minecraft im Internet zu Gast bei Verscholl. Ich sage Hallo zu, sieht man das irgendwo da, Kyrian. Hallo Elin. Liquid Duck. Und den anderen Typen keck ich jetzt noch nicht. Minyas. Minyas. Hallo Minyas. Hallo, wir haben die Entity-Remove-Gedonges noch nicht ausgeschaltet. Das ist nicht schlimm, das überleben wir. Ja, wir werden nicht schon sterben. Und mit Blick auf meinen schönen Wasserfall gebe ich ab an das Studio. An das Studio. An die Geräte zu Hause. An meins. Wir schalten noch nach meins. Liquid Duck hatte ich nur meinen Minecraft-Name. Genau, sonst Liquid Duck. Ach stimmt, ja, Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Und jetzt meinte, Wasserfall wurde gebaut. Das lernst du noch. Form die Welt nach meinen Wünschen. Wenn wir gerade so von Entity-Remove-Tool und so reden, dann ist es sogar super wichtig, dass man das ausmacht. Spätestens wenn wir die End-Farm bauen, weil da gibt es dann ganz viele Ender-Perlen, die getroppt werden. Moment, 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 Moment. Hier ist gerade was passiert. Hier stand eben noch eine Kyrian vor mir und hat sich ... Hortest du dich wieder? Die ist ... Nein. Äh, nö. Nein. Nein. Okay, also zur nächsten Aufnahme werden wir dann diesen Entity-Remove-Aus haben. Vielleicht kann man den ja auch irgendwie manuell ... Aber wieso, aber wieso, aber wieso kann man denn da nicht mit Dingern arbeiten, hier mit diesen Trichtern? Wenn wir mit Trichtern arbeiten, passiert da gar nichts. Ente? Ja. Wir bestimmen jetzt, wo der Zauberraum hinkommt. Und zwar, wir machen hier in der Ecke einfach eine Leiter runter. Wie mache ich denn Bücher? Wie mache ich denn Bücher? Das verrate ich dir nicht. Warte, ich muss einmal kurz ... Gib dir einen kleinen Cut. Ich muss einmal im Wiki nachschauen, wie man Bücher craftet. Nein, das muss er nicht. Nee, Papier habe ich schon. Ich weiß noch nicht, wie ich das Holz einordnen muss. Tja, mein Freund. Und jetzt? Ich stehe sinnlos rum. Ich gehe zu meinem Fleischhammer. Ja, jetzt schau dir meine ... Wasserfälle an. Mein Werk an. Schau dir. Oh, ich bin stolz auf den Jacky. Look at this. Hey, rechts von dir den hab ich gemacht. Ja. Ist mein ... Ja. Ist deins. Ich weiß echt nicht, wie man ein Buch macht. Wo bist du, bei der Baumfarmen oben? Soll ich dich retten, Ente? Was tahlst du denn? Ja, mach mal. Ja, ne, ne, ja. Also, wenn du ... Kriegst dann eine Perle von mir. Eine Perle. Boah, eine Perle. Boah. Unten links, ein Leder rein. Eine Perle für die Perle. Ein Leder brauchen wir auch noch. Haben wir das hier irgendwo? Ein Leder. Und dann ... Ja. Da drüber und rechts, also einmal rechts daneben und einmal da drüber. Ach, da drüben. Kann das sein? Ein, ein ... Am Berg? Ja. Ich hab keine Ahnung, wie man hier ein Spiel spielt. Also, dass du drei Papier um das Leder drumherum hast. Wo bist du denn? Ja. Unten im Wasser jetzt. Und dann macht er ein Buch. Tatsache. Das ist ja geil. Ich hab gedacht, da brauchen wir Holz oder sowas. Ja, Holz brauchst du für die Bücherregale. Und ... Da machst du oben drei Holz, unten drei Holz. Ja, genau. Und in der Mitte drei Bücher. Aber weißt du, noch einfacher wär's gewesen, wir wären in die Stadt gelaufen bei den ... Ja, ich hab da ... Da hattest du die 21 Bücher ja hergehabt, aber wir brauchen noch mehr. Wie hat das überflutet? Das war doch schon überflutet, oder? Weißt du nicht. Also, nee, das nicht. Nein, hier. Wollen wir ... Das war ich, ja. Willst du da ... Soll ich dir zeigen, wo du deine eigene Mine machen kannst? Ja. Komm mal kurz mit. Ich glaub, mich hier auf der Insel war ... Weit, 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 weit ... Auf viel Platz, ne? Du? Ja. Ja, dann mach doch hier. Komm, dann mach hier auf diesem Stückchen. Was hier überflutet, ist ja mit dem Boden. Hier. Ich würde gerne auch überirdisch viel Land wegnehmen. Das klingt schwierig. Viel verändern. Dann geht doch da hoch, wo der Wasserfall entspringt. Da oben. Hier ist ein nackiges Schaf. Die Welt ist groß. Du hast ja echt Platz ohne Ende. Also, ich mein, hier drüben ist die Baumfarbe. Da hinten sind wir im Dschungel. Also mach hier oben. Dann bist du noch wenigstens, wo du bist. Wer hat denn hier das Schaf nackig gemacht? Da haben wir wenigstens ein Auge um dich. Ja. Ist das ein schwarzes Schaf? Oder ist das nur nackig? Das wird ein Schwein sein. Du hast das nicht scharf aufgemacht. Dieses Arsch. Genau. Ich komme mal mit dir mit. Ja. Weil bis hier was passiert. Ich möchte nicht wieder rumstehen. Kriege ich in den Kommentaren. Amina steht noch rum in den Folgen. Schwierig. Da, wo Fleisch haben wir es, ist spannend. Brauchst du TNT? Brauchst du TNT? Ja. Der braucht kein TNT. Oben ist Schwarzpulver noch. So, hier kannst du, ne? Du kannst das schalten und walten. Okay. So, äh, ja. Ich kriege gerne ein Schild. Fleisch haben wir es, Amina. Wie meint das? Küring, wo bist du denn gerade? Warte, ich setze hier ne Workbench hin. 15 Bücherregale habe ich. Müsste eigentlich lang für, glaube ich, so. Hier, guck mal bitte in dein Inventar. Nee. Jetzt hör mal auf hier. Das ist schwierig. Ich hab nix gemacht. Ich hab dem Jack nur was geschenkt. So, warte mal. Ich mach mir mal kurz was. Und hier zwei links, zwei rechts. Ah, krass. TNT 64. Okay. Hier. Warte, nehm ich mal ne Workbench mit. Ich hab Angst. Hast du ein... Kann man hier auch so zwischenspeichern wie bei Space Engineers? Mal kurz Sicherung, bitte. Ja. Was ist denn los mit euch? Was ist das für ein Hin- und Her-Geport? Die Zuschauer deabonnieren uns, weil wir hier am Cheaten sind. Nein. Na klar. Wenn hier, dann deabonnieren die mich und nicht dich. Ah. Das hier schiebt. Ich muss die Obrechte der Frau wegnehmen. Pff. Kannst du dich ja mal machen. Wagen. Dann geb ich sie mir selber wieder. Leck mich doch an die Füße so. Du musst die Fleischpeitsche hin. Ich muss ja sehen, wenn er sprengt. Und wie sprengt er denn? Das ist ja jetzt in die Frage. Du musst das setzen und dann mit dem Feuerzeug anzünden. Dann dauert das einen Moment. Nee, das kann nicht. Du machst ja kein Feuerzeug. Eisen und Flint. Beides habe ich nicht dabei. Wo seid ihr denn gerade? Weg. Wir sind weg. Ich merke es. Ich will wissen, wo ich Verzauberungskäse hinsetzen kann. Warte, wir machen... Hast du Bock, mir so ein... Bauen wir uns hier so ein... Ich bin gleich der Wahl. Warte, warte. Minenhäuschen, ja. Also so... Das ist nochmal... Was ist denn das? Achso. Hier, der Fleischhammer. Hä? Gott. Dein ist schon ein Skelett. Ja. Da ist schon ein Skelett. Bei mir ist es so... Ich mach mal den Game Mode wieder aus, so. In Game Mode. In Game Mode. Verzeugt, tatsächlich. So, erstmal setz mal Fackeln hier, damit wir Licht haben. Und dann kannst du ja dich ein bisschen nach unten sprengen hier. Ich mach mal die Viecher tot hier. Ich setz auf jeden Fall schon mal Licht, dass wir hier Ruhe haben. Eigentlich wollen wir was Sinnvolles machen. Weißt du, die Ente wartet ganz aufgeregt auf dich. Tun wir was Sinnvolles. Geh mal zur Ente und zeig mal, wo der Zauberraum hin soll. Ach, ich baue gerade schon einen Platz dafür. Sitzen darfst du sie selber. Aha. Ich stecke da einfach mal einen Platz ab jetzt. Wird auch sagen. Da ist doch hinter mir gerade schon jemand gelandet. Nein. Hab's doch genau gehört. Nein. Wie süß ich denn? Macht's pop und da steht jemand da. Ich muss hier alles im Blick haben. Wenn ich euch nicht im Blick hab. So, Jackie. Ich hab leider nicht genug Holz. Nicht genug Holz meine ich. Wo bist du denn? Ich hab Holz, ja. Oh, da hab ich's gehört. Wo bist du denn hin? Ich hab genug für den Boden hier. Hier, Jackie. Du Profi. Ich mach dir hier Platz, dass du hier sprengen kannst. Ja. Und was machst du jetzt? Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert? Du kannst ja auch mehrere in Reihe setzen. Also die haben ja eine große Sprengkraft. Hier. Da hin steht ja schon wieder TNT. Das ist ganz gefährlich. Achso, das hab ich da hin gestellt. Das muss aber, das müssen wir, das packen nicht einfach. Ja? Das passt hier nicht. Hochflächig. Das passt da nicht. Ähm, denk dran. Das passt hier nicht rein, weil. Mach hier so einen Kasten. 60 Sekunden. Ja, aber das passt nicht. Das war nicht ganz 60 Sekunden. Guck mal, hier. Hier, auf welche Züpfe, kommt der Zaubertisch hin, ja? Ja. Und du brauchst mindestens einen Platz. Das ist zu nah. Und dann müssen hier schon die Bücher. Nein, das ist nicht zu nah. Nein, hier, bei Jackie. Oh, Mist, kleine Zombies. Jackie, hilf mir. Das passt nicht. Du kannst das Ding hier nicht hinbauen. Oh. Ähm, 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 aber, ja, ja, so recht. Ja, mein Freund, frag mich. Tja, es kommt ja keiner, ich stehe hier an mir die Füße rund. Ich bin da, hier, komm, gib mir mal mein Holz wieder. Geh weg. Ich hab kein Holz. Pass auf, wenn du jetzt sprengst. Gib mir mal mein Holz wieder. Ich hab' dir sogar selbst noch ein bisschen gehabt. So. Müssen schnell aufsammeln, sonst wird's removed in 20 Sekunden. Wir gucken uns hier jetzt mal einen Platz aus, wo wir das hinbauen. Äh, wozu braucht man denn Leben denn? Äh, was kann man daraus machen? Seven Days, was sie geht? Ja, Abdrücke. 44 Entities removed. 44 Entities removed. Ähm, Leben. Hier in dem Spiel kann man Leben-Ziegel draus machen. Also zum Bauen halt. Ja. Das ist ein bisschen hübsch zu gestalten. Oh, da hinten ist Creeper. Guck mal, du kannst hier einen Creeper anrechnen. Soll ich ihn mal anlocken und du zündest das TNT kurz hinter mir? Okay, pass auf. Warte mal, ich muss das essen, sonst kann ich nicht sprinten. Bestimmt, hier rein könnte man das theoretisch machen. Ja, genau. So, jetzt. Oh. Nein. Oh, schrecklich. Ich muss es abbauen. Du hast es per Schlagen auch gesprengt, gell? Das geht doch, wusste ich doch. Nee, nee, mit einem Feuerzeug. Mit einem Feuerzeug. Wollen wir mal hier mal nach? Das Feig nicht. Nee, das war der Z-Boom. So. Bücher. Bücher, Bücher. Oh, er hat auf jeden Fall Schaden genommen. Ah, er war zu weit weg. Jackie, Jackie, der sprengt dich. Okay, hier ist aber Außenwand schon, ne? Das machen wir. Ist egal, dass das, das, ähm... Ente du hast einen Blick drauf, dass er sich nicht vorstellt. Dann reparieren wir dann nachher von Außen sozusagen. Wir können aber auch einfach noch einen Block weiter nach links gehen, weißt du was ich meine? Nee, aber dann ist das nicht mehr symmetrisch. Wir machen den Berg einfach breiter. Das ist dann aber auch nicht mehr symmetrisch, wenn der Berg einfach breiter ist. Also, folgendermaßen... Der wird hier nicht breiter, der wird hier breiter. Hier ist ja Stein, also du hast mehr Mühe, um hier was abzubauen, obwohl der Stein kommt irgendwann sowieso. Ja, also wir... Oh, hier vorne Gegner. Warte, mach das jetzt nicht zu? Nee, mach ich nicht. Gut, gut, gut. Das heißt, der Tisch steht dann hier, ne? Hier mittig. Genau, also warte. Ich, ich, äh... Da ist noch eine Reihe hinten dran. Da, wo der, da wo wir gehen und wo der Tisch steht, mach ich jetzt mal Holz hin. So, da steht der, hier steht der Tisch. Da hat er Spaß. Ja, ohne Scheiß, finde ich gut. Gehen wir weg. Genau mein Ding. Hier steht der Tisch. Machen wir mal kurz mal eine Aussichtsplattform, damit ich das ja auch... Ich hab den dabei, also den kann man händen stellen. Achso, okay, warte. So, jetzt kannst du. Huch. Oh, der eine war falsch, sorry. Ich fühl mal das Ganze wie der Herr Fleischmeister hier. Das hätten wir eigentlich stehen lassen. Ja, ja, ich hab ja gesagt, der eine war falsch. Der eine war falsch. Ist egal, wir haben ja von mir aus gesehen. Die Richtung haben. Ja, ich sehe sie. Ja. Ja, nordwestlich. Kommen die? Haben wir, ähm, Dings dabei? Diese Leuchtsteine, die heißen sie für Glowstones? Glowstone? Äh, nee. Hihihi. Ja. Rache an den Creepern. Lorena? Kommt ihr? Da musst du erst locken. Und dann am besten, wenn du die siehst. Jetzt kannst du TNT sind. Antin. Nee, wenn... Das wäre nichts. Über dem, ähm, Dings würde ich ein Glowstone machen. Über dem Verzauberungstische. Ist da schon ein bisschen Angst? Wer hat Angst? Nee, das ist Angst, habe ich nur in The Forest. So, weiter jetzt. Hier, da, in links, rechts. Oh, jetzt legt er aber los. So. Da, nee. Feier. Achtung! Das ist... Feier, no! What the fuck? Die anderen sind gar nicht losgegangen. Äh. Wieso brennt... Wieso brennt das da? Oh, blöd! Du hast mit dem Feuerzeug... Du hast mit dem Feuerzeug eingezogen. Genau, genau, richtig. Theoretisch kann man aber auch hier alle hinstellen, oder? Und dann einfach die Wand zumachen. Ja, diese Folge sehen wir mal Jack in seinem Element. Das ist so negativ. Was machst du denn jetzt? Hier kommen Bücherregale hin, Maria. Sprengst du einen Kreis, oder wie? Hier musst du auch ein Bücherregal hinmachen. Hier kommt jetzt immer mal eine richtige Sprengung. Zwei Stück wahrscheinlich schon, ne? Bin denn richtig, meinst du? Ja, natürlich. Zuschauer wollen auch was sehen. Wenn der Fleischmeister schon bei seinem Hobby ist... Das waren alle, die wir jetzt haben, gerade. Okay. Also dicht müsst ihr auch nicht, also einen Abstand kannst du ruhig... Aber langsam zum maximalen Level. Wie jetzt, äh, sagen wir mal professionell, äh... Ja, wir kriegen jetzt noch nicht alle Level, warte. Doch, 30 Maximallevel, oder? Das kommt doch nicht da raus. Bin zu nah. Weil wir kommen bis zu Level 30. Also ihr Lieben, guckt unbedingt bei Jack vorbei. Und bei Minias, der sieht das gut. Ja, ich hab's vom Turm. Die müssen wir jetzt kurz und gerade wieder Erde holen. Aber hier von wegen. Das ist ein Richtetloch gewesen hier. Ja, das hast du auf jeden Fall gut hinbekommen. Ich baue mir jetzt einen neuen Turm am Rand, dann kannst du wieder sprengen. Ich glaube noch was einsamelt. Du hast mir einen Turm und dann Bob ist weggesprengt. Deswegen hab ich nichts gesehen. So, jetzt. Obwohl ich bin jetzt eigentlich schon außer Gefahr. Schon außer Gefahr? Ja, so, glaub ich. Äh, zu meinen... Siehste, Jack hat Spaß. Oh mein Gott, da freut er sich wirklich. Ohne Scheiß. Das ist wirklich gut. Funktioniert das Sprengen wenigstens noch, gell? Ja, eben. Ach. Seven Days to Die haben es ja schon massiv entschärft. Du hast doch gleich kein TNT mehr. Ach, ja. Das ist doch traurig, wenn das TNT leer ist. Oh ja. Ach, der schmeißt die auch so umher, ja? Ja, die fliegen auch hinterher durch die Sprengkraft, ja. Okay. Wenn du nicht tiefer buddeln willst, dann musst du da jetzt auf den Boden vielleicht was setzen. Sonst kommst du ja nicht tiefer. Äh, das wart. Das war kein mehr. Das war der ganze Spaß. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Oh, das Schild noch. Na, warten. Warten, bis Neues kommt, gell? Das wächst ja nach. Was mache ich jetzt? Ins Inventar. Nee. Der ist nicht. Da kommt auch nichts mehr. So orange gefärbt, äh, Lehm. Ja, diese Folge... Ach, du hast nicht genug Platz, deswegen hast du nix, mein Freund. Deine Taschen sind voll. Was fasst du denn jetzt vor? Willst du dir die Welt hier komplett zerstören? Da steht Not Enough Space, 64 TNT Wars Lost. Ich kann dir nix mehr geben, Jack. Tut mir leid, deine Taschen sind voll. Ja, gut, das ist halt... Da musst du erstmal hier in die Bays kommen und deine Taschen in die Kisten sortieren. Oh, da gibt's ein Minions. Ich hab noch Platz, komm her. Ja, wir müssen jetzt hier nicht... Hast du Closed on was gemacht? Nein, aber genauso, ich muss vollstellen, da ausmachen, ich mir was schönes. Hier kannst du was draus bauen, ist auf jeden Fall schön bunt. Ja, das stimmt. Ja. Ich hab grad gemacht. Also, schalte auf Jackie ein. Closed on. Nee, Closed on. Ach so, ich hab Bücher grad gemacht. Ja. Jackie's bunte Welt. Ja, dann gehen wir mal zurück zur Basis. Ja, komm. Schauen wir mal, was die anderen beiden machen. Ach, ich bin ja blöd. Ich wollte auch... In Wasser kannst du übrigens runterspringen. Also, in Wasser ist keine Gefahr, wenn du... ...in Wasser landen solltest. Ach so, ja, das wollte ich vorhin noch fragen. So, ja. Auch wenn es nur ein Block tief ist, da war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Ja, ja, ein Block gelangt. Da passiert nischt. Nischt. Sehr gut. Wie weit seid ihr mit den Bauarbeiten? Fertig eigentlich. Kommen nur noch ein paar Bücherregale hin, dass das Ganze symmetrisch ist. Fertig. Dann kommen wir jetzt durch rüber und dann schauen wir uns das mal an und dann haben wir eine Folge mit Sprengen und Zaubertischsetzen hinter uns. Der Herr Fleischhammer, nicht rödeln. So, komm her. Hier ist übrigens irgendwo eine Höhle drin. Komm her, eh von... Ja, das ist bei einer Sprengung und kann das sich schon mal lösen. Hattest du schön gesagt. Nicht die Farbe. Sonst hätte ich den Boden mal ein bisschen ausgebessert. Kommen sie da vielleicht schon mal. Ja, was? 104 Entities removed. Ah, wurde aber einiges. Wir müssen um einiges Add-on raushauen. Das machen wir dann zur nächsten Folge. Äh, was nicht findest du hier? Naja, aber ich find das ganz schön. Ey, hier sind ja Viecher. Wo sind Viecher? Da müssen wir es halt... Da müssen wir es einfach auf eine längere Zeit stellen. Weißt du, das... Yo, wo sind Viecher? Bei mir. Das ist ein Skelett und ein Creeper. Oh mein Gott. Wo bist du, Jackie? Wo willst du lang? Du bist falsch. Achso. Und ich dachte, ich hab eine Orientierung wie ein Toastbrot. Du, Arschlick. Jackie hat noch TNT gefunden in Form von einiges Creepers und hat erstmal hier... Hier, wenn du hier zerstörst, Freund. Ja, pass mal auf. Komm mit. Schwierig mit dem Verzaubern, ne? Man weiß ja nicht, was rauskommt. Ja, das ist richtig. Das ist aber ein Problem von der 172, weil es gibt ja ein Add-on, was das praktisch anzeigt. Also, ich hab... Ja, ich hab aber... kein aktuelles Add-on gefunden, was funktioniert. Okay. Also, ähm... Also, für keine aktuelle Version. Dann hauen wir... Entity-Remover... Vielleicht kann man das Entity-Remover auf manuell stellen. Weißt du, dass man einfach mal so einmal die Folge... Ja, aber da muss das ja jeder machen, weil wir sind ja immer in verschiedenen, ähm... Dings, die... Wie heißen das hier? Gebieten doch hier wohl. Ich glaub, dass das für die gesamte Welt gilt. Komm, wir gucken. Wo seid ihr überhaupt? Seid ihr oben? Wir sind... Andermen, Andermen nach unten gucken, Jackie. Ich meine... Ich meine... Ähm... Ich meine, Kokain hat gesagt, das gilt immer nur für den aktiven... Dingster-Block, wie auch immer das jetzt heißt. Okay. Aber Typ. Ah, da... Kann er dir ja nichts tun, ja? Ne, wenn du nach unten guckst, dann, ähm... Warum er jetzt nicht geportet ist, verstehe ich auch nicht, aber er greift dich dann... Er portet dann normalerweise nicht weg. So, wo ist euer Zauberraum? Kann er dir nicht wehtun, dann, oder was? Ja, wehtun... Ne, nicht wirklich. Wo ist der Zauberraum? Zeig's gleich, wenn der Jack hier oben ist, schalte gerade die Tür auf. Ja. So, hier vorne ist er. Ich brauch noch Holz. Habt ihr noch Eichenholz? Ach, ich glaub's immer... Ah... Dann müssen wir aber eine Tür reinmachen, weil hier ist... Draußen ist gefährlich. Joop, 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 joop. Ja, vielleicht schon mal, kannst du für dein Level, die du dir spielst, kannst du dir später... Oh, mir fehlt noch ein Stein in der Tür. Da hol ich gerade Holz. Ähm, kannst du dir praktisch deine Waffen verzaubern und alles. Dazu musst du einen Gegenstand unter das Buch legen. Ja. Ja, ja, okay. Und dann steht da... Dann steht da halt... Siehst du das? Das ist aber kryptische Zeichen, oder? Ja. Ja, genau. Ach du, ich hab doch auch gerade eine Tür gemacht. Ich war schneller. Und Doppeltür. Nee. Fünf Türen hintereinander bis ins Zauberhorn. Ineinander. Sind denn meine Level weg? Wir sind übrigens... Ja. Wir sind am Ende einer Folge. Schon wieder. Tschüss. Ja. Tschüss. Super Abmoderation. Nee, die... Wer ist dran? Der Herr Fleischmann ist an. Der Check ist dran. Ach so, ja. Dann sag ich, Wahnsinn. TNT funktioniert. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir sind dabei. Hat Spaß gemacht, hier mal ein bisschen weiter in den Luft zu sprengen. Und ich sage, auf Wiedersehen. Lasst uns einen Daumen hoch da. Wie ihr sagt, vier Mann, vier Kameras. Ich sag tschüss. Ja, vier Mann, vier Kameras. Ach so, vier Mann, drei Mann, eine Frau, aber egal. Gut. Ist schon gut. Ich geh auch als Mann durch. Ist kein Ding. Mach's gut. Tschüss. Alles klar. 環境.